Warme Winter Der warme Winter von dem Jahr 1806 auf das Jahr 1807 hat viele Verwunderung erregt und den armen Leuten wohl getan und der und jener, der jetzt doch fröhlich in den Knabenschuhen herumspringt, wird in 60 Jahren einmal als alter Mann auf der Ofenbank sitzen und seinen Enkeln erzählen, dass er auch einmal gewesen sei wie sie und dass man anno 6, als er Franzos in Polen war, zwischen Weihnacht und Neujahr Erdbeeren gegessen und Weihelein gebrochen habe. Solche Zeiten sind selten, aber nicht unerhört und man zählt in den alten Chroniken seit 700 Jahren 28 der gleichen Jahrgänge. Im Jahr 1289, wo man von uns noch nichts wusste, war es so warm, dass die Jungfrauen um Weihnacht und am Dreikönigtag Grenze von Feilchen, Kornblumen und anderen trugen. Im Jahr 1420 war der Winter und das Frühjahr so gelinnt, dass im März die Bäume schon verblühten. Im April hat man schon zeitig Kirschen und der Weinstock blühte. Im Mai gab es schon ziemliche Traubenbärlein. Davon konnten wir im Frühjahr 1807 nichts rühmen. Im Winter 1538 konnten sich auch die Mädchen und Knaben im Grünen küssen, wenn es nur mit Ehren geschehen ist. Denn die Wärme war so außerordentlich, dass um Weihnacht alle Blumen blühten. Im ersten Monat des Jahres 1572 schlugen die Bäume aus und im Februar brüteten die Vögel. Im Jahr 1585 stand am Ostertag das Korn in den Ehren. Im Jahr 1617 und 1659 waren schon im Jänner die Lerchen und die Trosteln lustig. Im Jahr 1722 hörte man im Jänner schon wieder auf, die Stuben einzuheizen. Der letzte ungewöhnliche warme Winter war im Jahr 1748. Summe, es ist besser, wenn am St. Stephans Tag die Bäume treiben, als wenn am St. Johannes Tag Eiszapfen daran hängen.